Jo, Leute, welcome back to another video. Heute gibt es wieder das beste Format auf gesamte YouTube und haben viel Spaß bei einer neuen Folge von Und so, willkommen back zu einer neuen Folge vom Rollercoaster-Krits. An all die anderen sind, ich erkläre euch mal kurz, was ist Rollercoaster-Krits? Überhaupt, ich gebe euch vier Tipps, anhand von diesen Tipps könnt ihr dann gerne herausfinden, um welche Achterbahnen es sich dabei handeln sollte oder könnte halt und wenn ihr das richtig habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und wenn ihr das richtig habt, dann bekommt ihr sozusagen einen Rollercoaster-Kritspunkt, also wenn ihr der erste seid, der das richtig hat und dann kommt in diese Rangliste hier und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den vier Tipps und let's go! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020